Hallo, hier ist der Martin für den Mann, hier ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 23.01.2024 und unser DAX hat sich hier weiter gut im Kreis gedreht. Gleiche Geschichte wie am Vorhandelstag letztendlich, haben wieder das gesehen mit diesem Ersthochstechen, dann wieder nach unten absingen, dann wieder doch zum Abend hochziehen. Im Grunde eigentlich, also schön gepasst auf das, was wir gestern beschrieben haben, nochmal hier hochstechen, 670, 700, nach unten rein, drehen Richtung 550, leider die nicht getroffen. Hätte ich ihm durchaus noch zugetraut, aber der hat sich dann hier unten so breitgestellt und hier über 5, 6 Stunden sich einfach stabilisiert, dass dann zu viel Ruhe drin war und dann, das ist ja so, dass sowas hinten raus oft nach oben auflöst. Das kennt man im DAX schon aus den letzten Jahren, immer wiederkehrend, ja, in dem Moment, wo er dann zu ruhig wird, dann wird er einfach irgendwie mit einem Amerikaner nach oben gezogen. Und das hat er dann getan, ist jetzt hier aber in einem Punkt, wo man eigentlich sagen muss, dieses, was wir gemalt hatten mit dieser, mit dieser ersten Welle, der zweiten Welle und dann nochmal schön nach oben, muss man eigentlich schon klar sagen, es stand jetzt nach wie vor immer noch nach einer Welle aus, ja, dadurch, dass sich jetzt auch wieder direkt durchgetrieben und durchgeschoben hat. Das heißt, es bleibt hier weiterhin offen, immer nochmal Richtung 550 und 500 auch zurückzusetzen. Auch zum Dienstag, wir sind über das frühe Montagshoch auch nicht nochmal drüber, haben kein neues Tageshoch letztendlich gesetzt, nach 9.15, 9.30 oder wo das da gesetzt wurde hier. Das, was wir drin haben, das wird ihm von der Tendenz her hier schon auch einen schwachen Dienstag genehmigen. Ja, es ist jetzt hier oben dieser Entscheidungsbereich, da haben wir ja die letzten Tage öfter mal von gesprochen, da hat man hier irgendwo eine Linie angesetzt und gesagt, die 700 ist da oben wichtig und auch sie bleibt wichtig, haben wir immer wieder gesagt. Und haben uns jetzt endlich so ein bisschen angeguckt, dass wenn er sich darüber etabliert bekommt, er dann wieder Platz bekommt, bis zu der 800, bis zur 900, um dann hier vielleicht auch ausbrechen zu wollen. Und wenn er aber nur eintritt und zurücknimmt, dass er dann nochmal hier mittig rein zurückläuft, um Schwung zu holen. Und so würde ich jetzt einfach handhaben zum Dienstag, würde ich ihm vielleicht sogar eher eine Abwärtstendenz einräumen, wenn er unterhalb von 6.60 wegschiebt. Und ja, das würde mir auch schon direkt frontal reichen, also schon ab einem Unterbieten von 6.50 würde ich ihn dann als Abwärtstendiert deklarieren, solange eben die 700 nach oben nicht rausgenommen wird. Nimmt er die 700 nach oben raus, dann kriegt er erstmal den Platz, da haben wir hier die 7.30, dann die 7.60, dann die 800, dann die 8.20, dann die 900. Also Stück für Stück für Stück kann er sich dann weiter hochhangeln, müsste halt immer rückwärtig dann einfach seine zuletzt überwundenen Ziele von oben bestätigen. Und dann könnte er das schön halten und auch durchziehen. Das würde ihm genauso reinpassen, wenn er jetzt hier einfach weiter durchdrückt, ja, aber besser stehen oder so wie geplant, ursprünglich geplant, wäre jetzt hier eigentlich von 700 eben nochmal die 550, 500 zurückzurennen und dann nochmal einen zweiten Aufwärtsschrank reinzudrücken. Würde einfach besser passen, muss nicht, würde bloß besser passen. Und deswegen würde ich mich einfach daran orientieren, ob wir über 700 rauszurennen, dann Ziele nach oben abklappern, mitgehen ist ja noch immer ein Rangehandel, hier muss man wahrscheinlich gar nicht so einen Stress, muss man sich keinen innerlichen Stress machen, dass man irgendwie dann irgendwas verpasst oder wie auch immer. Und ja, wenn er unter 6.60 nach unten tendiert, würde ich ihm einfach ein bisschen Platz noch lassen halt, ne, also 5.50 bis 4.90 halte ich für durchaus realistisch. Und wenn es dann tiefer geht, hat man dann den Vorteil, wenn man sich frühzeitig dann schon auf die Drehung eingestellt hat, fällt es einem dann natürlich leichter, hier vielleicht noch ein bisschen mehr laufen zu lassen, falls er dann doch wieder komplett wegkippt und hier nochmal unten eine Ader drauf schiebt, ne, so in dem Bereich hier. Und von daher denke ich, so wird es machen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Tagesschuss, hat man gestern auch wieder gesagt, wäre uns wichtig, dass er den wieder höher setzt, den Tagesschuss wieder höher setzt. Das hat er auch getan, haben wieder einen höheren Tagesschuss als am Vortag und aber nicht recht klein, auch einen Dolce gesetzt und es würde sich schon gut reinpassen, wenn er abdreht. Aber es ist keine Variante, mit der ich mich jetzt verheirate. Ja, das heißt, wenn er jetzt fällt, wenn er jetzt steigt, dann haue ich hier nicht einen Short nach dem anderen rein, weil ich sage, ja, er muss doch nochmal hier runter, das muss doch eintreten, das würde doch besser aussehen. Nö, wenn das nicht will, dann gehen wir den anderen Weg halt mit, ne. Ja, ich würde euch damit allein lassen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, dann haben wir jetzt morgen wieder bis hin, tschüss.